Ski-Equipment mieten oder kaufen? Das ist die große Frage. Wie du weißt, ist das Skifahren ein wirklich materialintensiver Sport. Du brauchst einiges an Equipment, um den Sport auszuüben. Und da stellt sich schnell die Frage, ob du das Equipment mieten oder kaufen solltest. Schnell musst du die Equipment in Höhe von über 2000 Euro, wie jetzt hier zum Beispiel am Tisch zu sehen, zulegen, um diese Emotion am Berg mit sicherem und wirklich gutem Equipment und auch mit viel Spaß auf der Piste zu erleben. Der DSV spricht da eine Faustregel aus. Und zwar wird gesagt, dass über 10 Skitagen in der Saison sich ein Kauf von Equipment lohnen kann. Ich persönlich möchte diesen Punkt gerne noch ein bisschen untergliedern. Und zwar lohnt es sich bei einigen Equipment-Stücken sicherlich mehr als bei anderen. Und das erkläre ich dir in diesem Video. Jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung. Und falls du wirklich zu einem der spezifischen Equipment-Punkte kommen möchtest, dann schau unten in der Beschreibung. Da habe ich immer die Sekunden notiert, wo du hinspringen musst. Also viel Spaß mit dem Video. Das erste Ausrüstungsstück, auf das ich eingehen möchte, ist auch gleich das individuellste Ausrüstungsstück, was wir beim Skifahren haben. Der Skischuh. Durch den Skischuh werden eben deine Kräfte, deine muskulären Anspannungen genau auf den Ski übertragen. Und da ist es wichtig, eine super gute Passform zu haben, den richtigen Skischuh für deinen Fuß zu wählen. Und da wirklich lohnt es sich schnell, einen Kauf eines solchen Artikels zu tätigen, ins Fachgeschäft zu gehen vor allen Dingen und sich da beraten zu lassen, welcher Skischuh passen könnte. Wie sowas in der Beratung aussehen könnte, dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben, der ganz detailliert dir darstellt, welche Skischuhe für dich in Frage kommen könnten und wie eine Beratung aussieht, wie ein Bootfitting zu einem Skischuh aussieht. Dieser Beitrag ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Also mein Appell an dich, nach den ersten Tagen auf Skiern, wenn du verstanden hast, dass der Skisport dir wirklich Spaß macht, dann leg dir einen Skischuh zu. Das lohnt sich aus Hygienegründen und aus Passformgründen. Und dann kommt das zweite Produkt und das ist bestimmt das Produkt, wo du dich am meisten fragst, ob sich eine Anschaffung lohnt. Und das ist eben das Ski-Modell, der Ski an sich, auf dem wir unterwegs sind. Ich habe hier gleich mal zwei Modelle stehen und da möchte ich jetzt die Vorteile des Mietens und eben die Vorteile des Kaufens für dich erläutern. Gehen wir zunächst einmal zu den Vorteilen des Mietens ein. Der allererste Punkt ist, im Verleih bekommst du häufig ein saisonal aktuelles Modell, kann also für dich ein Anreiz sein, da wirklich immer auf einem guten Ski unterwegs zu sein. Auch ein Vorteil in den meisten Läden, kann man eben den Ski auch mal umtauschen. Das heißt für dich auch, du kannst dich durchtesten. Ein kleiner Skitest ist dadurch auch gegeben. Ein weiterer Vorteil des Mietens, du musst dich nicht um die Pflege deines Skis kümmern. Das heißt, du musst ihn nicht nach dem Skiurlaub irgendwie zum Skiservice bringen, was auch nochmal vielleicht 30 Euro pro Ski nach dem Skiurlaub kosten kann. Und dann der letzte Vorteil des Mietens ist der Transport. Wenn du mit dem Zug anreist beispielsweise, ist es eben lästig, den langen Ski im Zug mitzunehmen. Und auch beim Auto brauchst du eine Skibox. Das bedeutet, der Transport ist wirklich ein Painpoint, den du umgehen kannst, wenn du den Ski vor Ort mietest. Dann möchte ich eingehen auf die Vorteile des Kaufens. Und da ist der aller, aller wichtigste Aspekt, wenn du dich einmal für einen Ski entschieden hast, dann ist das dein Ski. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. Denn auf deinem eigenen Ski fühlst du dich natürlich wohl, fährst besser, bist auf dieses Gerät eingestellt und machst damit eventuell nicht so viele Fahrfehler. Der zweite große Vorteil des Kaufens ist dann häufig ein finanzieller Vorteil. Denn auf Dauer, eben ab diesen 10 Skitagen pro Saison, auf 2-3 Saisons gesehen, lohnt sich der Kauf eines Skis wirklich sehr, wenn wir davon ausgehen, dass eben die Miete von einem Top-Ski im Resort, im Skiurlaub, 25 Euro pro Tag kostet. So auch der Durchschnittswert, mit dem der DSV rechnet. Also wenn wir da nehmen, eine Saison, 25 Euro pro Tag mit 10 Tagen, sind 250 Euro. Und da ist schon ab der zweiten Saison mit eben 500 Euro ein ordentlicher Ski mit Holzkern und so weiter. Und da muss ich noch dazu sagen, dass ein Ski meist nicht nach zwei Saisons und nach 20 Skitagen kaputt ist. Hoffentlich nicht. Dieser Ski hält sich. Also wenn ihr da wirklich nicht komplett auf den Holzkern mit einem Stein kommt oder euch die Kante rausreißt, dann habt ihr da kein Problem, den auch mal wirklich fünf Jahre zu fahren. Da aber dann auch wieder der Tipp, nach fünf Jahren kommt meist wieder eine gute neue Technologie und das lohnt sich dann eventuell dann wieder ein neues Skimodell ins Portfolio zu legen. Und der letzte Vorteil, auf den ich eingehen möchte, ist eben bei der Miete entstehen häufig Hemmschwellen. Nämlich dann morgens ins Skigeschäft zu gehen und den Ski dort zu mieten, bedeutet Schlange stehen, bedeutet manchmal eine halbe Stunde am Anfang des Skiurlaubs, wo man doch wirklich auf die Piste möchte. Und insbesondere wenn man im südlichen Raum oder nah an den Alpen wohnt, hier in Deutschland oder auch in Österreich, dann kann es auch mal schnell am Wochenende, wenn schöner Schnee liegt, einfach rauf auf den Berg und nicht zuerst ins Skigeschäft, um sich dort den Ski zu mieten. Also zusammengefasst, ab zehn Skitagen pro Saison mit dem einen Ski, das muss man auch differenzieren, mit dem einen Ski lohnt sich eben der Kauf recht zügig, aber da, wenn du wirklich auf der Suche nach dem richtigen Ski bist, geh vielleicht erstmal ins Geschäft oder auf einen Skitest, um den Ski zu testen, den du wirklich möchtest. Eine Empfehlung von mir dazu ist auch mein Video, der perfekte Ski für dich, also der richtige Ski für dich. Klick da mal rein, um herauszufinden, welches Modell oder welcher Typ Ski für dich gut geeignet sein könnte. Mieten oder kaufen, wie gesagt, ab zehn Skitagen in der Saison, bei einem Ski, den du magst, über mehrere Saisons gesehen, ein finanziell interessanter Punkt. Okay, kommen wir zum nächsten Ausrüstungsgegenstand. Und der nächste Ausrüstungsgegenstand ist der Ski-Helm, der zur Schutzausrüstung gehört. Und Schutzausrüstung im Verleih gibt es, aber ist nun mal auch wirklich ein schwieriges Thema. Denn der Verleiher und der Shop, genauso wenig wie ihr, könnt einschätzen, ob jemand mit diesem Helm schon gefallen ist oder ob der auf eine harte Oberfläche gestürzt ist. Deswegen mein Tipp für Anfänger, für blutige Anfänger, die wirklich überprüfen wollen, ob das Skifahren, ob der Skisport etwas für sie ist, kann sich ein Verleih von eben zwei bis drei Tagen lohnen. Dann weiß man, okay, mir macht der Sport Spaß, ich möchte häufiger in den Skiurlaub fahren. Und ab dann wirklich lohnt sich der Kauf eines Ski-Helms definitiv. Lasst euch da gut beraten bei der Schutzausrüstung, dass der Helm schön anliegt, nicht drückt und gute Schutzeigenschaften hat. Und dann, egal ob 100 oder 80 Euro bis 250 Euro, hier geht es ja auch wirklich um euren Kopf, um euer Bestes gut, das zu schützen lohnt sich mit einem Ski-Helm. Und ein ganz großer Vorteil, den der eigene Helm natürlich auch mitbringt, ist die Hygiene. Also im Verleih kann es ja wirklich sein, dass da schon 100 Leute reingeschwitzt haben und das muss nicht unbedingt sein für deinen Kopf. Also hier lohnt sich der Kauf recht zügig. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt dieses Videos Mieten oder Kaufen und da sind wir beim Bekleidungsthema. Da ist es relativ eindeutig, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, euch Gegenstände von euren Bekannten, Familie, Freunden auszuleihen, wie beispielsweise Handschuhe, vielleicht auch eben so eine Hardshelljacke oder Skiunterwäsche. Aber da, ganz wichtig, sollte gut passen, damit eben die Wärme und die Schutzeigenschaften dieser Kleidung gut erfüllt sind. Dieses Thema Bekleidung ist häufig nur für Anfänger relevant. Wenn du wirklich schon ein paar Skitage hinter dir hast, wirst du dir das wahrscheinlich schon wirklich zugelegt gekauft haben. Und bei den Anfängern als Tipp, wer jetzt hier Anfänger ist, da habe ich ein extra Video erstellt, das ist hier oben verlinkt. Da geht es darum, welches Ski-Equipment du eben als Ski-Anfänger benötigst. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass ich dir wirklich einen sehr guten Überblick geben konnte über das Thema Miete oder Kaufen bei Ski-Equipment. Und jetzt wünsche ich mir, dass du dich wirklich weiter auf meinem Kanal umschaust. Es gibt viele Inhalte eben zum Bereich des Ski-Equipments, zu Skitests und so weiter. Weitere Videos bestimmt hier auch in der YouTube-Seitenleiste verlinkt oder gleich hier links und rechts zu finden. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns auf den Bergen dieser Welt oder nochmal auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin, den Abonnieren-Button drücken und ciao.